Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem ich Ihnen unsere Top 4 der besten Videoprojektoren 2021 vorstellen werde. Los geht's! Auf Platz 4 haben wir den 1080 Pixel BenQ W1090 Projektor gewählt. Wenn wir über die besten Videoprojektoren 2021 sprechen, ist es schwer ein BenQ Modell zu übersehen, das mehr als einen anspricht. Der Grund? Er ist nicht nur klein, sondern bietet auch alle Vorteile eines großen für optimale Familienunterhaltung. Das ist zum Beispiel der Fall bei seinem Sportmodus, der alle Sportfans zufriedenstellen wird. Zur Erinnerung, dieser Modus verbessert ihr Sporterlebnis erheblich. Er ist in Full HD 1080 Pixel ausgeführt und lässt Sie eine makellose Auflösung genießen oder fast. Ebenso verbessern seine lebendigen Farben die Übertragungsqualität für eine noch angenehmere Wiedergabe. Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten der gleichen Reihe verfügt dieses Gerät über einen hochwertigen Lautsprecher für ein besseres Klangerlebnis. Während er von vielen als der beste Projektor 2021 angesehen wird, dann auch wegen seiner großartigen Konnektivität. In der Tat können Sie den Bildschirm Ihres Telefons, Ihres Computers, Ihres Fernsehers und viele andere projizieren. Obwohl es für die Verdünnung des Bildes zu viel im Zoom-Modus kritisiert wird, ist es perfekt, wenn es bei 2,5 Metern platziert wird. Wie immer bei TopTag, wenn Sie mehr Details über die technischen Eigenschaften erfahren möchten und die besten Preise, die wir im Internet für Sie gefunden haben, erhalten möchten, gehen Sie zur Beschreibung dieses Videos. Dort haben Sie alle klickbaren Links zur Verfügung. Auf dem dritten Platz bilden wir den Kodak Luma 350 Mobile Projektor. Dieser Vito-Projektor ist mit digitaler DLP-Projektion ausgestattet. Zur Erinnerung, diese Technologie hat den Vorteil, den Verlust an Bildqualität so weit wie möglich zu begrenzen, um eine lebendige und klare Wiedergabe zu gewährleisten. Wenn Sie ein Fan von technologischen Innovationen sind, wird dieser Projektor Sie sicher zufriedenstellen. Was das Design betrifft, so passt es sich dank seiner geringen Größe jedem Raum an, auch dem kleinsten wie einem Schlafzimmer. Er ist mit allen Smart-Geräten kompatibel, was ein Pluspunkt im Vergleich zu den anderen ist. Darüber hinaus erleichtert sein Bluetooth-Modus die drahtlose Verbindung und begrenzt Staus. Dank dieses Geräts der neuesten Generation können Sie auch zu Hause mit Leichtigkeit die visuelle Exzellenz eines Kinos nachbilden. Das Beste daran ist, dass es mit dem Internet verbunden ist und nicht unbedingt ein externes Gerät zum Betrieb benötigt. Mit anderen Worten, Sie können auf Streaming-Videos direkt vom Projektor und von den Sendern zugreifen. Cool, nicht wahr? Vergessen Sie aber nicht, dass Sie im Vergleich zu den herkömmlichen Projektoren ein paar Euro mehr bezahlen müssen. Auf Platz Nummer 2 haben wir den Full HD Vimeos 7000 Videoprojektor gewählt. In Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis ist dieses Modell von Vimeos als eines der Besten positioniert. Denn trotz seines günstigen Preises tut er sein Bestes, um die Leistung eines Großen zu bieten. Dies erfordert zum Beispiel seine Konnektivität, die alle aktuellen Geräte berücksichtigt, seine Einstellung, die sich an alle seine Bedürfnisse anpassen und sein Dual-Lautsprecher, der mit Hi-Fi-Technologie ausgestattet ist. Sie werden auch von seiner integrierten Fernbedienung für mehr Komfort profitieren. Was die Bildwiedergabe betrifft, so muss sich dieser Videoprojektor praktisch nicht vor einem Modell der höheren Preisklasse verstecken. In der Tat bietet er eine Wiedergabe in 4K Full HD auf einer maximalen Größe von 300 Zoll. Mit anderen Worten, er ist leistungsstark genug für den professionellen Einsatz auf einer großen Fläche, obwohl er dafür kritisiert wird, dass er etwas zu viel Energie verbraucht, ist er eine bevorzugte Wahl für große Projekte. Und ich erinnere Sie daran, dass die besten Rabatte, die wir im Internet für Sie gefunden haben, in der Videobeschreibung stehen. Auf dem ersten Platz haben wir den Wankio 1080p Full HD Videoprojektor gewählt. Auf dem ersten Platz in dieser Rangliste, für den besten Videoprojektor 2021, bricht dieses Modell von Wankio alle Rekorde. Er wird wegen seiner Tischmontage, seiner hohen Helligkeit und seiner Full HD Auflösung sehr geschätzt und bietet Ihnen das beste Gefühl von Erhabenheit. Ob zum Anschauen Ihres Fußballspiels oder für den professionellen Einsatz, dieser Videoprojektor wird Sie zufriedenstellen. Wenn er derzeit zweifellos der Beste ist, dann auch wegen seines leisen Betriebs, seiner HD Lautsprecher und seines ökologischen Modus. Profitieren Sie auch von seiner mehrfachen Konnektivität, um ihn von allen Geräten, sogar von Ihren Smartphones zu verwenden. Obwohl es keine drahtlose Technologie einbindet, werden die mehrfachen Ausgänge dieser Lücke füllen. Leicht zu transportieren, können Sie es überall ohne Schwierigkeiten mit hinnehmen. Beachten Sie auch, dass er das Bild automatisch so anpasst, dass es immer vertikal und rechteckig dargestellt wird. Im Grunde ist es der beste Videoprojektor im Jahr 2021 für den geschäftlichen und privaten Gebrauch. Jetzt lade ich Sie ein, zur Beschreibung dieses Videos zu gehen und auf alle Links zu klicken, um alle vollständigen Funktionen und die besten Preise, die wir im Internet für Sie gefunden haben, herauszufinden. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, Ihre Wahl zu treffen, dann geben Sie diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben und vergessen Sie nicht, auf den Abonnieren-Button zu klicken, um kein weiteres Top-Tech-Video mehr zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.